Der sogenannte Marsch der Millionen ist angekommen in der Hauptstadt Islamabad. Zwar nicht Millionen, aber geschätzt Zehntausende von Anhängern des einflussreichen Klerikers sind versammelt. Es kommt zur Konfrontation an der roten Zone, in der sich das Parlament befindet. Der Bereich wird von einem Großaufgebot an Sicherheitskräften abgeriegelt. Als einige der Demonstranten die Absperrungen durchbrechen wollen, greifen die Sicherheitskräfte ein. Dann der erwartete Auftritt von Tayyarul Qadri. Er wiederholt seine Forderung an die Regierung, sofort zurückzutreten und das Parlament aufzulösen. Er sieht sich als Anwalt eines anderen, eines demokratischen Pakistan. Dieser Marsch ist vollkommen verfassungskonform. Er ist vollkommen demokratisch und nicht gegen das Gesetz. Er verlangt tiefgreifende Reformen vor der Parlamentswahl im Frühsommer. Der Politik wirft Ul Qadri-Korruption und komplettes Versagen vor, sowohl beim wirtschaftlichen Aufbau des Landes als auch beim Kampf gegen die Gewalt. Wir brauchen einen echten Kampf gegen Radikalismus, Extremismus und Terrorismus und keinen scheinbaren. Es ist nötig, dass wir wieder Frieden und Sicherheit in unserem Land schaffen. Seine Anhänger feiern Ul Qadri als Vertreter eines modernen demokratischen Islam. Seine Gegner sehen in ihm eine Marionette des Militärs. Das ist nötig, dass wir wiederholt sein können.